Mein Name ist Jussin Rogeweg und ich unterrichte die Teilnehmerinnen in Bürokommunikation, in Büroorganisation und in EDV. Bürokommunikation und Büroorganisation enthalten umfangreiche Lehrinhalte vom Arbeitsfeld Telefon bis zu Ablagesystemen. Weiter werden die Teilnehmerinnen auch in 12-Fingertastenschreiben unterrichtet und können die Expert-IT-Zertifikatsprüfung ablegen. Mein Name ist Alexandra, ich komme aus Bosnien und Herzegowina und ich besuche momentan diese Schule, Projekt Mona Lea und ich mache gerade eine Qualifizierung für Bürokommunikation und ich bin ganz zufrieden, sehr happy. Ich bin Daniel aus Bulgarien, ich bin auch Teilnehmerin bei Mona Lea 5. Mein Fach ist Bürokommunikation. Ich finde das Projekt großartig. Erstens, weil das Projekt gibt uns die Möglichkeit, unsere Deutschkenntnisse zu verbessern und zweitens, wir werden noch in einem Fach nach unserem Wunsch weiter ausgebildet und das gibt uns mit Sicherheit später mehr Chancen, einen guten Job zu finden.